Die Pfandzelt-Esslein-Rücke-Anhänger-Baureihe überzeugt einerseits durch kompakte Abmessungen und andererseits durch leistungsstarke Technik. Erhältlich sind drei verschiedene Modelle mit einer Nutzlast zwischen 6 und 11 Tonnen. Der geschraubte Doppel-U-Profil-Rahmen nimmt Verbindungskräfte zuverlässig auf. Um die Standsicherheit sowohl beim Fahren als auch bei der Kranarbeit selbst im schwierigen Gelände zu gewährleisten, sind in den S-Line-Rücke-Anhänger Bugi-Achsen mit großem Pendelweg verbaut. Eine Lenkteichsel mit zwei starken Zylindern sorgt für einen äußerst effektiven Lenkeinschlag. Dies macht ein einfaches und sicheres Rangieren im Bestand problemlos möglich. Der hubstarke Profi-Forstkran ist nach der Belastungsklasse B4 auf dynamische Dauerbelastung ausgelegt. Er überzeugt durch ein kräftiges Vierzylinder-Gussschwenkwerk, eine ergonomische Krangeometrie und eine geschützte Schlauchführung. Diese ist auf Wunsch sogar bis in die Kranspitze möglich. Am Markt einzigartig ist das Eilgang-Ventil im Teleskop. Dadurch wird ein schneller Teleskopausschub ermöglicht. Optimale Sicht und einen außerhalb des Gefahrenbereichs gelegenen Arbeitsplatz findet der Bediener auf dem serienmäßigen Bedienstand auf der Deichsel. Die Kransteuerung erfolgt über zwei Kreuzhebel mit je einer elektrischen Wippe. Auf Wunsch ist auch eine Funksteuerung möglich. Bei Ausstattung mit einer Eigenölversorgung wird diese geschützt in der Deichsel verbaut, der dazugehörige Ölvorratstank zwischen der A-Säulen-Abstützung. Mit den zwei erhältlichen Bremssystemen sind Straßenfahrten im beladenen Zustand bis zu einer Geschwindigkeit von 40 kmh gesetzlich zugelassen. In der S-Line-Baureihe ist neben einer Druckluftbremsanlage auch eine hydraulische Auflaufbremse mit manueller Zusatzbremse für sichere Fahrten im Bestand erhältlich. Für den Einsatz im extremen Gelände können die Rückeanhänger zusätzlich mit einem Radnabeantrieb ausgestattet werden, der über eine elektronische Bedieneinheit von der Fahrerkabine aus ergonomisch gesteuert werden kann.